Hexer Hexer sind Schurken ohne Tugend. Wahrhaft diabolische Kreaturen nur geschaffen zu töten. Für sie kann es keinen Platz unter ehrlichen Menschen geben. Furcht und Ignoranz sind ein gutes Geschäft. Hexer kennen sich doch mit Preisen aus. Man muss seinen Namen schützen. Wie viel ist euer Wort wert, Bessimir? Nur nicht, wenn ein Monsterjäger fehlt. Jeder Handel hat seinen Preis. Eine Freundin? Freundin eines Freundes. Abonnieren. 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 Die Ereignisse. Schuss. Bis zum nächsten Mal.